Sie haben angefangen? Einer der heiß erwartetsten Filme hat endlich mit den Dreharbeiten begonnen. Fifty Shades of Grey. Nach Monaten der Spekulationen, wer Christian Grey und Anastasia Steele spielen würden, sahen die Hauptdarsteller Jamie Dornan und Dakota Johnson aus, als ob sie sich am Set wohlfühlen. Und es scheint, die Dreharbeiten folgen dem Roman chronologisch, da sie bei einer Kaffeeszene am Anfang des Buches gesehen worden sind. Der 31-jährige Jamie sah gut in einem dreiteiligen Anzug aus, während die 24-jährige Dakota unschuldig in einer grünen Jacke und einem dunkelblauen Schal aussah. Die Schauspielerin hat sich für die Rolle die Haare braun färben lassen und trägt einen Pony. Der Star aus Social Network gab im Interview mit Entertainment Weekly zu, dass sie sich auf die Rolle mit regelmäßigen Besuchen im Fitnessstudio vorbereitet hat, da sie gut nackt aussehen will. Wir sind gespannt! Untertitelung von SWISS TXT